Hey Deutschland! WBE Live kommt im Februar mit vier Road to WrestleMania Shows nach Deutschland. Freut euch auf atemberaubende Action, die fantastische Stimmung und eure WBE Superstars. Seth Rollins, Sascha Becks, The New Day, Charlotte Flair und Kevin Owens. Sichert euch jetzt eure Tickets für Düsseldorf, Nürnberg, Hannover und Regensburg. Karten an allen Vorverkaufsstellen.